Ja, wirklich ein tolles Projekt und jeden Freitag werden ja frische Zahlen der Umweltlotterie genau gezogen. Das war vor wenigen Augenblicken in Wiesbaden der Fall. Und das ist für Sie jetzt das Zeichen, mal Ihren Losschein in die Hand zu nehmen, auf die Los-ID zu gucken. Denn das hier sind unsere heutigen Gewinnerzahlen. 4, 9, 9, 7, 5, 0. Ich wiederhole nochmal. 4, 9, 9, 7, 5, 0. Und bei der Umweltlotterie genau gewinnt nicht nur eine Person, sondern gleich der ganze Landkreis. Und das ist heute der Landkreis Groß-Gerau. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie fällt denn die Gewinnausschüttung heute aus? Einmal 10.000 Euro, einmal 2.500 Euro, viermal 500 Euro, 46 mal 50 Euro, 219 mal 10 Euro und 866 mal 5 Euro. Und dann gibt es ja auch noch den Zusatzgewinn in Höhe von 5000 Euro für ganz tolle Naturprojekte. Und dieser Zusatzgewinn geht heute an das Projekt Ollenschutz im Kreis Groß-Gerau. Herzlichen Glückwunsch!